Zürich Regensdorf Verstärker, Lautsprecher, Plattenspieler, Kopfhörer, Streaming und vieles mehr für Schweizer Musikbegeisterte. 40 Aussteller und rund 160 Marken sind hier versammelt. In den Hotel- und Konferenzräumen finden regelmässig Vorführungen statt. Und das in einer Atmosphäre wie zu Hause. Ich finde es einfach cool. Vorher habe ich Pink Floyd über irgendwelche Filztüren, Elektrostaten, Lautsprecher gehört. Ich finde es ein Erlebnis. Ja, es ist toll, weil man in die verschiedenen Räume eingehen kann und weil einem dort verschiedene Sachen präsentiert werden. This show is very special, because it's kind of close and unique and you get some really good brands. So you have a great concentration. Da kannst du Musik noch nicht speziell losen, auf hochwertigen Anlagen. Das macht es einzigartig. Das Musikerlebnis steht im Mittelpunkt. Technik und Design zum Bestaunen und Anfassen. Musik genießen und Musik finden. Vielfalt an Präsentationen und Tonträger als Ergänzung. Jedes Jahr das Event für alle Musikbegeisterte aus der Region und die perfekte Ergänzung zur international grössten Hi-Fi-Messe, der High-End in München. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020